Das gehört alles zum Plan. Richtig, Leute? Serena, Bericht. Was ist hier los? Soll ich raten? Wir werden durch eine Art Andock-System gezogen. Diese fremde Lebensform ist uns gefolgt. Wir haben erheblichen Befall am Achterschiff. Forge, verschwinden Sie da und schaffen Sie mir die Dinger vom Hals. Bin unterwegs. Sie können Truppen von den Schleusen auf dem Deck abziehen. Wenn wir die Schleusen verlieren, sind wir wehrlos. Los geht's! Ja, damit willkommen zu Halo Wars 1. Hallo. Diese Aliens setzen von allen Seiten Ports auf der Hülle ab. Halten Sie danach Ausschau. Wir werden das Upgrind, weil dann holen wir uns Luftunterstützung. Aber wir werden auch unsere Marins aufrüsten. Beschützt vollständig. Beschützt vollständig. Ja, und jetzt müssen wir unser Schiff erst einmal verteidigen. Überlassen Sie das mir. Ich bin da. Hornet ist hier. Hornet ist hier. Dann Flammenwerfer aufwerten. Weil hier haben wir nämlich auch noch ein bisschen Inspektion. Warte auf Befehle. Jetzt wird's heiß. Bordschützen der Vorstellung. Lokale Einheiten. Verstanden. Warte auf den noch. Das wäre wichtig gewesen, dass diese Drohne durchkommt. Ja, die greifen nämlich auch die Flut an. Und diese kleineren Ter hier, die ich gerade ausgewählt habe. Offensivroboter. Reinigen sozusagen diese kleinen Teile, dass die endgültig weg sind. Und wie man schon sieht, diese kleinen Teile machen, erhebliche Schaden bei der Ladstruktur. Hornet ist bereit und in der Luft. Wir müssen halt 100 Wächter eigentlich auch vernichten. Ist nicht ganz so einfach. Hornet 4 wartet auf Einsatz. Navigiere. Hornet. Hornet ist hier. Hornet ist startklar. Ziel ist anvisiert. Was ist er? Hornet ist in der Luft. Hitze mal ein Cyclops. Lokale Einheiten. Auch? Ziel erfasst. Hornet hits ab. Okay, dann gehen wir hier rüber. Ziel ist anvisiert. Waffen sind bereit. Lokale Einheiten. Kommt da was? Nein. Hornet auf Kurs. Nur Ressourcen. Die Kontrollationsbegrenze eingereifelt. Sergeant Forge, schaffen Sie Ihre Männer in die Schleusel. Irgendwas Übles kommt. Auf dem Weg. Lokale Einheiten. Auf dem Weg. Verstanden. Das Energiefeld reagiert auf die Aliens. Es versucht unsere Hülle zu reinigen. Suchen Sie sich Deckung. Geschütz vollständig. Captain. Wenn unsere Lufteinheiten den Ring in der anderen Richtung durchfliegen, grenzt das den Schaden ein. Das kriege ich eh nicht hin. Lokale Einheiten. Los geht's. Lokale Einheiten. Hornet ist unterwegs. Hoch in der Sicherheitsbarriere. Massiven Befall registriert. Nicht identifiziertes Eindringen registriert. Abwehrprotokolle Phase 3 werden eingeleitet. Die Drohnen und der Ring scheinen die Aliens entfernen zu können, wenn sie schon angeschlagen sind. Hornet auf Kurs. Schlechte Nachrichten. Ich habe ein Signal von einer Alien-KI abgefangen. Die Drohnen sehen uns als Bedrohung an und sammeln sich hinter uns. Lokale Einheiten. Binnenstellung. Sehen auf dem Weg. Lokale Einheiten. Befehle. Hornet ist unterwegs. So in drei Minuten ist der nächste. Hornet sieht los. Wir fliegen. Attackiere Feind. Das kann sich alles wieder regenerieren. Das ist unpraktisch. Aber es kann auch sein, dass die die Wächter, die auch bereinigen. Die Wächter, die auch bereinigen. Wir fliegen. Hornet ist unterwegs. Regeneration bereit. Heile Ziele. Lokale Einheiten. Habe ich mal bitte ein bisschen auf. Hornet kraft ab. Das hätten wir dann schon mal damit. Lokale Einheiten. Navigieren. Hornet zieht los. Hornet in Stellung. Hornet in Stellung. Sieht man das hier jetzt was gleich? Warum bleibe ich auch hier? Hornet in Stellung. Hornet in Stellung. Hornet in Stellung. Nee, gerade sieht man es nicht. Ob nicht regenerieren, aber ich hätte ich gerne komplett los. Die Kontrollationssequenz ist eingereitet. Entdeckung, da kommt noch eine Säuberungswelle. Lokale Einheiten. Jairus, einsatzbereit. Ich bin auf dem Weg. Weg damit. Kontrolle Einheiten. Ich bin auf dem Weg. Habe verstanden. Lokale Einheiten. Beschützvollständig. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch die Platz, die hier warnt. Oder wir haben den hier vergessen, das sage ich. Lokale Einheiten. Befehle, Sir. Alle Einheiten. Bin unterwegs. Habe ich nicht wirklich was gemacht, aber die Strukturen sind gut kaputt. Das ist vollständig. Und wir uns halt gleich die Geschütze hier vorn. Cool. Das war jetzt die falsche Antwort. Hier sieht man auch überhaupt nicht per Flatt befallen. Beschützvollständig. Beschützvollständig. Lokale Einheiten. Hornet. Hornet zieht los. Hornet zieht los. Greif mal an. Aber ich muss sagen, die Map ist wirklich schön gemacht. Wenn auch hier die Wächter die ganze Zeit herumfliegen. Diesen Schleusen. Hornet ist Startplatz. Lokale Einheiten. Wir fliegen. HV-1-4 rückt aus. Lokale Einheiten. Hornet in Stellung. Geschützvollständig. Geschützvollständig. Lokale Einheiten. Auf dem Weg. Geschützvollständig. Heile Ziele. Die sollte sich eh nicht mehr aufbauen. Hier ist sonst nichts. Dann hätten wir es eigentlich schon geschafft. Bis auf das hier die ganze Zeit jetzt halt Einheiten spawnen. Hornet ist bereit und in der Luft. Lokale Einheiten. GYROS zugeschaltet. Hornet in Stellung. Ziel erfasst. Hornet ist unterwegs. Mach mal die auch noch platt da unten. Die Kontaminationssequenz sind eingeleitet. Der Ring ist zurück. Wir fliegen. Hornet ist Startklar. Lokale Einheiten. GYROS einsatzbereit. Wir fliegen. GYROS zugeschaltet. Ja und das beschädigt gleichzeitig auch noch unsere Gebäude ein bisschen. Vor allem die Türme die wir aufbauen. So. Lokale Einheiten. Hornet zieht los. Habe ich irgendwo was übersehen? Hier ist nichts. Hier Annet. Zwei Vultures sind komplett repariert und stehen ihnen zur Verfügung. Aber es gibt hier nichts mehr. Alles in Ordnung. Die Höhle ist sauber. Ah. Maximaler Antriebsenergie. Bringen Sie uns hier raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020